Das Jahr ist vorbei und wir haben dieses Jahr wirklich unglaublich viele spektakuläre Alternativen zu vielen sehr beliebten High-End-Produkten gefunden. Ich habe hier jetzt aber nochmal ein paar, die ihr, glaube ich, so noch nicht kennt. Nicht nur, weil es teilweise recht neue Produkte sind, sondern weil ich mich auch lange nicht mehr daran getraut habe, Alternativen zu anderen Produkten zu zeigen. Aber zum Ende des Jahres nehmen wir alles mit, was geht. Ich zeige euch die besten Produktalternativen zu beliebten High-End-Produkten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche vor den Feiertagen gut genossen und seid bereit für die nächsten Tage. Und falls nicht, schicke ich euch ganz viel Liebe, wünsche euch ganz viel Kraft und wenn ihr alleine seid, macht euch ein schönes Video an, bestellt euch eine Pizza, lasst es euch gut gehen und fühlt euch ganz doll von mir geküsst. Ich habe hier wirklich ein paar Produkte jetzt zufälligerweise gefunden. Inspiration war Tatsache dieses Schätzchen hier, der Victoria Beckham Bronzer. Ich habe so, so viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr den so schön findet und dass euch die Farben so gut gefallen und dass euch das Produkt an sich so gut gefällt. Und ich dachte mir, Maxim, du machst den Spaß hier seit Jahren. Du musst doch eine Alternative dazu finden. Guess what? Sie lag die ganze Zeit vor uns. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einiger Zeit gab es dieses Schätzchen hier von meiner lieben Freundin Letizia Lehmach in Zusammenarbeit mit Love, das Dreamglass Sculpting Duo. Und das ist sehr, sehr ähnlich. Sie sehen im Aufblick ein bisschen anders aus. Auf dem Gesicht sieht man kaum einen Unterschied. Ich finde Love, mir fehlt Love. Mir fehlt Love wirklich sehr. Ja, deswegen schenken mir Love nochmal ein bisschen Liebe, auch wenn sie es nicht mitbekommen werden mehr wahrscheinlich. Das ist eine tolle Alternative. Wir tragen sie jetzt auf. Ich habe zwei Punkte. Nummer eins, wir haben einige Skincare-Produkte. Nummer zwei, es gibt aktuell bei Purish einen End-of-the-Year-Sale. Da sind unglaublich viele Produkte reduziert. Also wenn ihr jetzt zum Ende des Jahres nochmal ein paar Produkte kaufen wollt, wo ihr sagt, ey, da habt ihr lange überlegt, ob sich das lohnt, ob man das vielleicht machen kann, ob man sich vielleicht das ein oder andere Produkt gönnen möchte, dann schaut gerne einmal bei Purish vorbei. Dort sind super, super viele Produkte stark reduziert. Und ich habe einen Rabattcode bekommen, der da on top gilt. Und zwar könnt ihr mit Maxim Look 10, ich schreibe euch den hier hin, nochmal 10% auf das gesamte Purish-Sortiment bekommen. On top auf alle Deals sowie 10% auf alle nicht rabattierten Produkte. Also wenn selbst ein Produkt dabei ist, wo ihr sagt, boah, das ist toll, das hätte ich gerne, aber das ist nicht im Sale, gibt es trotzdem nochmal 10%. Schaut da gerne einmal vorbei. Aber wir starten jetzt. Das erste Produkt ist die neue Charlotte Tilbury Magic Water Cream. Die habe ich erstmal so ein bisschen unterschätzt. Sie ist sehr, 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 sehr weich, sehr flüssig. Sie fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie Wasser. Ich habe sie auch vorhin schon aufgetragen, damit ich jetzt nicht so lange warten muss, bis die einzieht. Die braucht einen Moment und deine Haut hört auch auf, sie irgendwann aufzunehmen, wenn sie ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt. So fühlt sich das so ein bisschen an. Es hinterlässt einen wirklich schönen, wässrigen Glow auf der Haut. Es ist eine ganz, ganz leichte Textur und absolut gar kein Vergleich zu der Magic Cream, auf die ich seit wirklich vielen, vielen Jahren schwöre. Ich habe jetzt neulich, wo war ich da, in Düsseldorf, habe ich diese Kombi aus dem Crystal Elixier und der Magic Cream benutzt und die Haut sah einfach toll aus. Die Water Cream, mit der war ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich sie noch nicht so gut verstanden habe. Jetzt mag ich sie aber ganz gerne. Alternativ gibt es hier von Laneige. Das ist jetzt keine Drogerie-Alternative, ist aber im Vergleich deutlich günstiger. Die Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer. Vom Feeling her eins zu eins genau das gleiche Feeling. Sehr, sehr leicht. Die zieht ein bisschen schneller ein, fühlt sich ein bisschen reichhaltiger an als die von Charlotte Tilbury. Im Feeling her, wenn aber beide eingezogen sind, merkt man da keinen Unterschied. Ich finde die ganz gut. Die hat keine Duftstoffe, ebenso wie die von Charlotte Tilbury auch nicht. Ist natürlich nur noch mal ein Stückchen günstiger. Und ich muss sagen, ich mag das Packaging davon aus. Fühlt sich sehr schlicht an, es fühlt sich sehr leicht an. Und ist eine gute Alternative, wenn man viel, viel Feuchtigkeit haben möchte. Die Kombi kennt ihr schon. Ich wollte sie gerne einfach noch mal mit dazu nehmen, Weil ich finde, dass sie einfach... Dieser Primer ist meiner Meinung nach einer der wenigen Primer auf dem gesamten Kosmetikmarkt, der wirklich einen Unterschied macht. Ab und zu gibt es mal natürlich welche, die Feuchtigkeit spenden. Aber der ELF Power Grip Primer ist ein geniales Produkt. Der ist super, super klebrig. Also das ist schon fast wie Honig. Kennt ihr dieses Gefühl von Honig an den Fingern? Genau dieses Gefühl gibt mir dieser Primer. Er spendet unglaublich viel Feuchtigkeit. Er wird sehr, 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 sehr sticky. Aber er hält das Make-up unglaublich gut fest. Und sorgt dafür, dass es wirklich nachweislich länger hält. Ich habe mal, als der rauskam, einen Vergleich gemacht. Und ich konnte feststellen, dass ich mindestens drei Stunden ein gleichmäßigeres Ergebnis auf meinem Gesicht hatte. Weswegen ich diesen Primer absolut vergöttere. Der war so ein bisschen inspiriert von dem Milk Hydro Grip. Der ist auch gut. Ich muss aber sagen, und das ist der Vorteil, den ELF hat. Ich finde, ELF hat es geschafft, Produkte als Inspiration zu nehmen. So kann man das vielleicht sagen. Meiner Meinung nach haben sie es aber geschafft, die Produkte besser zu machen, als das von ihnen inspirierte Originalprodukt. Ich will nicht sagen, dass sie daraus einen Abklatsch gemacht haben. Weil sie hat, also, das ist eher so ein Thema. Das hatten wir dieses Jahr häufig, das Thema, was ist ein Dupe, was ist ein Fake und was ist eine inspirierte Alternative dadurch. Fakes gehen nicht. Es ist nicht in Ordnung, wenn man einfach sogar dieselbe Verpackung nimmt und irgendwo anders produziert und sagt, dass man wirklich sehen könnte, dass das das Originalprodukt ist. Das geht nicht. Da stimme ich den Brands auch vollkommen zu. Das macht man nicht. Wenn man aber ein Produkt hat, wie dieses hier beispielsweise, was durch ein anderes inspiriert ist, aber sich trotzdem jemand hinsetzt und die Formulierungen und die Verpackungen anpasst, finde ich das in Ordnung. Es muss natürlich für alle Leute was geben. Und ich weiß ja auch, dass viele trotzdem immer auf die Original- beziehungsweise auf die High-End-Version gehen. Beide Primer am Ende des Tages schön. Der von ELF ist ein bisschen klebriger. Und ihr seht, wie wässrig meine Haut aussieht. Es sieht aus, als hätte ich mein Gesicht komplett mit Wasser gefüllt. Ich habe leider keine Foundation für euch, die ich jetzt dieses Jahr gerne nochmal als Alternative betiteln würde. Deswegen benutze ich jetzt einfach meine, im Moment wirklich eine der liebsten Foundations, die BB Cover Cream. Optional würde ich euch jetzt die Mesauda Milano Foundation nochmal mitzeigen. Die habe ich euch jetzt aber sehr, sehr oft gezeigt. Sie gibt es bei Purish. Ihr könnt darauf versparen. Seid schnell, bevor wieder alles weg ist. Und jetzt schaut euch doch gerne einmal meine Haut an. Die sieht auf beiden Seiten unglaublich prall aus. Diese Water-Produkte oder diese wasserbasierten Produkte können natürlich viel, viel, viel schneller in die Haut eindringen, in die oberste Hautschicht, um sie optisch auch so ein bisschen aufzupolzern. Das macht schon Unterschied. Ein Geheimnis, vielleicht mache ich das nochmal. Aber wahrscheinlich eher in einem Reel oder so. Habe ich neulich ein Video zugesehen, was mich dazu inspiriert hat. Zehn Gründe, warum Influencer-Make-ups immer besser aussehen als dein Make-up. Soll gar nicht überheblich klingen, aber es gibt natürlich so ein paar Kniffe, die viele Creatorinnen und Creator machen, um einfach ein optisch schöneres Ergebnis zu haben. Unter anderem gehört dazu Derma-Planning. Mit so einem Rasierer über die Haut zu gehen und die obersten toten Hautschüppchen sowie, und das ist der Hauptgrund, warum ich das auch mache, den Pflaum auf der Haut zu entfernen. Wenn ihr euch ganz nah im Spiegel anschaut, ihr seht es oft, je nachdem von wo das Licht kommt, habt ihr überall Haare auf dem Körper, vor allen Dingen auch im Gesicht, auf der Stirn, auf den Wangen. Wenn ihr keinen Bart habt, bei mir ist er einfach deutlich intensiver, habe ich hier drüber trotzdem überall einen Pflaum. Und dort kann Make-up natürlich nicht ganz so ebenmäßig auf der Haut sitzen. Und das macht so einen großen Unterschied. Also traut euch da vielleicht mal ran, vielleicht jetzt nicht vor den Feiertagen noch. Macht das irgendwie zwischen den Jahren, wo euch keiner sieht, falls was schief geht. Aber ich schwöre darauf, ich mache das zweimal im Monat. Die Base sieht unglaublich toll aus. Ich möchte jetzt aber nochmal einen kleinen Hack mit euch besprechen. Und zwar habe ich dieses unglaublich tolle Set von Mrs. Glam und Be Perfect gefunden. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte mit drin. Drei davon sind Pinsel. Unter anderem das hier. Das ist das Glorious Skin Spritz Hydrate & Set Long Lasting Setting Spray. Was mich vom Finish her doch recht ähnlich an das Airbrush Finish Spray von meiner lieben Freundin Charlotte erinnert. Beide spenden unglaublich Feuchtigkeit. Hier sind aber einfach nur 100ml dran. Jetzt hier gar nicht drauf. Es ist auf jeden Fall groß. Wunderschönes Packaging. Ein super feiner Sprühnebel. Ein leicht fruchtiger Geruch, der aber sehr, sehr schnell verfliegt. Und ich mache das oft, wenn ich weiß, dass mein Make-up lange, lange halten soll. Dann, bevor ich Puder auf mein Gesicht gebe, gebe ich Fixing Sprays auf meine Base. Einfach, dass das alles so ein bisschen länger hält. Das macht einen wirklich großen Unterschied, weil sich dieser Film, die diese Sprays ja erzeugen, einfach schon mal auf die Foundation legen kann. Und so ist es auch im Laufe des Tages einfacher, wenn man eventuell ein bisschen nachkorrigieren muss. Braucht einen Moment, um einzuziehen. Das macht aber einen krassen, krassen Unterschied. Während wir setten, habe ich hier diese zwei Schätzchen für euch. Unter anderem von NYX und Fenty Beauty. Fenty Beauty hatte vor einiger Zeit die Soft Matte Powder Foundation rausgebracht, die ich eigentlich ganz gut finde, wenn man sie nicht als Foundation benutzt. Das ist eine Powder Foundation. Man muss sie aber nicht als Powder Foundation benutzen. Ich nehme sie wirklich so ein bisschen als Puder, um etwas mehr Deckkraft zu kriegen. Dann setze mir das einfach hier in die T-Zone. Es mattiert. Es gibt noch mal einen guten Schwung an Deckkraft. Ihr könnt auch so eine Quaste nehmen, ganz leicht, das Ganze aufbauen und euer Gesicht mattieren. Eventuell kann man sogar mit einem größeren Pinsel einfach alles noch mal fixieren. Das hinterlässt wirklich ein schönes, etwas mattierteres Hautbild, wenn man es nicht so glowy mag. Du kannst aber auch nur eine leichte Menge auftragen und hast dann einfach ein ganz natürliches Ergebnis. Alternativ dazu, weil das schon echt teuer ist, von NYX Professional Makeup, die Can't Stop Bone Stop Mattifying Powder. Das ist zwar eher wirklich ein Finishing Puder, um das Makeup zu fixieren. Ich finde aber, dass es so eine gute Deckkraft hat, dass du auch damit sehr, sehr einfach und sehr, sehr intensiv fixieren kannst. Und deine Base ist fertig. Du kriegst so ein kleines bisschen Deckkraft mit hin. Ich finde in der Kombination jetzt auch mit den Primern und mit diesem Spray vor allen Dingen, hast du ein sehr ausgeglichenes Finish. Also klar, es kommt noch so ein bisschen Below durch. Wir haben viel Feuchtigkeit in unsere Haut gebracht. Aber das Finish am Ende des Tages, unglaublich schön. Wie versprochen, kommen wir zum Bronzer Love und Letizia. Ich wünschte, es würde die Produkte noch häufiger geben. Ich habe ein paar online noch entdeckt. Ich mische jetzt einfach beide Farben hier, weil es einfach unglaublich schöne Produkte sind. Perfekt, wenn man es ein bisschen kühler oder ein bisschen wärmer haben möchte. Super pigmentiert. Ein schönes Finish. Sehr, sehr edel. Letizia ist für mich die beeindruckendste Frau in der Make-up-Industrie, die es gibt. Mit den wirklich schönsten Produkten. Zu einem sehr, 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 sehr luxuriösen Finish. Vielleicht noch so ein bisschen auf die Nase. Hier unten gebe ich immer noch ganz gerne etwas hin. Ich habe den Pinsel gut sauber. Und mache denselben Spaß auf der anderen Seite mit dem Victoria Beckham Bronzer. Am Ende des Tages sage ich ja immer, wenn ihr nicht wüsstet, auf welcher Seite ich etwas aufgetragen habe, dann könntet ihr nicht sagen, wo es, wo, welches Produkt ist. Klar, vielleicht so ein bisschen von den Farbnuancen, wobei ich glaube, jetzt auch in der Kamera siehst du da keinen Unterschied. Ich gehe im Moment wirklich sehr, 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 sehr gerne einfach mit der Foundation ein Stückchen heller, weil ich jetzt Bronzer gefunden habe. Früher war es immer so, Bronzer waren immer schnell zu warm und du sahst sehr orange aus. Jetzt habe ich Bronzer gefunden, die so einen guten Ausgleich haben zwischen warm und kalt und das Ganze sehr, sehr frisch machen. Ich wollte euch aber noch mal kurz dieses Set zeigen. Das sieht von innen nicht nur unglaublich schön aus. Das ist so krass, dieses Set. Ich habe die Sachen schon benutzt, außer die Lidschattenpalette. Hier ist ein Blush in der Farbe Peach. Und ich finde, dass die gesamte Kollektion mir so ein bisschen Charlotte und Natasha Vibes gibt, vom Packaging her. Es ist alles sehr clean. Es ist alles sehr warm, sehr glamourös. Auch dieses Spray ist echt nice gewesen. Aber auch dieser Blush gibt mir Charlotte Vibes. Alternativ fand ich das hier sehr, sehr passend. Das habe ich euch noch nie gezeigt, weil es ist super teuer. Clay Depot. Eine der teuersten Marken. Und die haben mich so über den Tisch gezogen. So über den Tisch gezogen. Ich dachte, ich habe ein richtiges Schnäppchen gemacht. 40 Euro, 30, 40 Euro. Und am Ende des Tages kam nur der Refill. Nicht die Verpackung. Die kostet nämlich nochmal 35 Euro extra. Ich finde aber, dass die beiden Farben sich sehr, 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 sehr ähnlich sind. Vielleicht tragen wir sie mal beide auf beiden Seiten auf. Auf der Seite einfach die Mrs. Glam-Seite. Baue ich mir hier rauf. Ist ein schöner, matter Ton. Geht so ein bisschen in die Pfirsich-Richtung. Aber nicht so... Ich glaube, viele mögen das Wort nicht, wenn ich das sage. Aber viele wissen, was ich meine. Es ist nicht so ein billiges Pink. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein sehr frischer Peach-Ton, den man gut aufbauen kann. Der auch schön in den Bronzer passt. Hier vorne kann ich noch ein bisschen mehr gehen. Ein schöner, matter Ton. Also wenn ihr auf einem matten Look steht, der aber trotzdem gut pigmentiert ist. Den kann ich mir auch gut als Lidschatten vorstellen für diese Monochrom-Looks im Frühling. Großartig. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt nur den obersten Teil von Clé de Peau. Hier unten ist so ein Schimmerton mit drin. Der ist auch sehr pigmentiert. Ja, der ist ein bisschen intensiver. Ich blende den hier nochmal so ein bisschen aus. Aber auch hier, ne, so... Das ist so ein bisschen semi-matt. Aber hat einen wirklich schönen Touch an Farbe mit auf der Haut. Und ich finde im Vergleich auch hier großartige Alternative vom Finish und von der Farbe her. So ein bisschen matt, aber nicht so leblos matt. Wir fixieren das Ganze noch einmal mit dem Spray. Das ist großartig, dieses Spray. Das ist eins der besten Sprays, die ich kenne. Be Perfect und Mrs. Glam. Ich liebe die Base. Ich finde, die Base sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, das Set kostet ohne Rabatt 50 Euro. Am Ende des Tages kostet, ne, wenn man 1, 2, 3, 4, 5... Wenn man das durch 5 teilt, jedes Produkt nicht mal 10 Euro. Wenn man dann Rabatt nimmt. Ihr habt hier Pinsel dabei. Packing Brushes sind mit am Start. Wir haben einen kleinen Blende Brush. Und wir haben einen großen Blende Brush. Und ich möchte jetzt die Litschip-Palette benutzen. Denn die ist echt, echt schön. Die ist farblich so Maxim Giacomo 2019. Er gibt mir so ein bisschen Soft-Glam-Vibes hier von Anastasia Beverly Hills, ne. Klar, es sind jetzt keine Farbüberschneidungen. Die Color Story ist sich aber schon recht ähnlich. Ich will jetzt keinen Vergleich machen. Ist die jetzt genauso wie die? Ich will jetzt einfach die benutzen, weil ich die so schön finde. Und man hiermit, glaube ich, viele Farben, viele Looks machen kann. Eine Farbe kam mir sehr verdächtig vor. Und zwar die Farbe My Boo. Erinnert ihr euch noch an die Farbe Günstmaus aus meiner Catrice-Palette? Ich würde fast sagen, das ist fast dieselbe Farbe. Hier ist Günstmaus. Günstmaus ist ein bisschen goldener, aber sie sind sich schon sehr, 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 sehr inspiriert voneinander. Wir schminken mal einen schnellen Look mit der Palette. Da ich gleich noch weiter drehe, wollte ich mal... Komm, wir machen mal wieder so einen klassischen, warmen Look. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich fixiere hier einmal schnell kurz mein Lid, dass das alles nicht mehr ganz so klebrig ist. Fluffiger Pinsel. Wir gehen in die Farbe Zest. Das ist ein sehr, sehr schöner Camel-Ton. Ist auch so ein bisschen wie die Natasha Bronze, beziehungsweise die Camel-Palette. Also, ich glaube, mit solchen Paletten kann man immer nichts falsch machen. Gerade auch als Geschenk. Na gut, Weihnachten ist jetzt fast durch für euch. Aber wenn ihr wisst, dass jemand auf so diese romantischen, süßen Looks steht, ist das Set vielleicht eine ganz, ganz gute Idee. Und Weihnachten kommt immer wieder. Ja, wunderschöne Camel-Farbe. Schön warm, aber nicht so orange. Passt ganz gut zu den Bronzer-Tonen, wie ich finde. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich finde Lidschatten-Looks in komplett mattem Moment am aller, allerschönsten. Ich finde, die sehen super elevated. So ein bisschen hochwertig. Hochwertig ist, glaube ich, das Wort. Wir haben hier tolle Schimmertöne drin. Auch die Farben. Oh, wow. Ja, die sind halt schon nice, ne? Wartet mal. Also, die Schimmertöne sehen krass aus. Der ist so ein bisschen glitzerig und super, super wet. Ich weiß gar nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch so Schimmermäuse seid. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich nehme auch die Farbe Trend. Blende die da ein bisschen rein, einfach um die Farbe ein bisschen weiter aufzubauen. Ist aber ein sehr, 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 sehr schöner brauner Look. Jetzt nehme ich die Pinsel, die hier mit in dem Set waren, weil der ist echt klein. Und mische so ein bisschen Young Love mit Chestnut zusammen. Ganz leicht. Setze mir das hier an den vorderen Bereich meines Auges für so ein bisschen Tiefe. Ich finde, Be Perfect macht echt tolle Paletten. Ich erinnere mich an diese graue Palette. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die hat mir echt gut gefallen. Ein bisschen hier außen hin. Der Pinsel ist krass. Der ist super, super lang. Du kannst ihn ganz hinten anfassen. Und dann hast du so leichte Blendebewegungen. Probiert mal die Technik aus, euren Pinsel am weitesten Ende, wie es nur möglich ist, anzufassen. Weil ihr so gar keinen Druck auf den Pinsel habt. Und sehr, 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 sehr gut vorsichtig blendet. Wenn ihr zu nah dran seid, dann macht ihr viel zu große Bewegungen. Mit dem kleinen Packing Brush gehen wir da nochmal rein. Hier außen noch ein bisschen mehr Tiefe. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön gerade. Und wir müssen natürlich ein Schimmerturm benutzen. Ich nehme jetzt Amber. Ich setze mir den hier aufs Zentrum. Yes. Super glitzerig, ne? Aber ohne so Fallout-Glitzer. Ich habe kein Fallout unterm Auge. Sehr, 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 sehr schön. Wir nehmen jetzt noch einfach mal diesen Kajal. Der ist ganz spannend. Der hat nämlich so ein bisschen Schimmer mit drin. Aber den siehst du kaum. Blende das Ganze ein bisschen mit Chestnut aus. Mascara, die 2000 Calories. Und für meine Lippen freue ich mich. Denn Maybelline hat die Lifter Plump Gloss herausgebracht. Unter anderem in der Farbe. Oh nein, wo steht's? Äh, 004 Red Flag. Und der ist so wie der von Fenty. Inspiriert. Großartig. Wenn ihr so ein Plumping Gloss sucht, die plumpen richtig, ne? Also, die sind schon plumpy. Die Farbe ist großartig. Du hast einen richtig schönen roten Touch. Funktioniert sehr, sehr gut auf Liquid Lipsticks. Und so nach 5 Minuten fangen die an zu bitzeln. Und dann hast du Lippen. Du, ich sag's dir, ne? Wie hier. Wie Donatella Versace. Das ist ein großartiger Look, wie ich finde. Der sehr, sehr luxuriös und sehr edel aussieht. Ich habe jetzt vielleicht nicht das richtige Outfit an. Aber der Look spricht für sich. Ich verlinke euch alle Produkte, die ihr bei Purush hier vielleicht finden könnt. Schaut da unbedingt gerne mal vorbei. Mit dem Code könnt ihr wirklich nochmal 10% sparen. Und zum End of Your Say gibt's eh alles, was das Herz begehrt. Schaut da gerne mal vorbei. Olaplex ist, glaube ich, mit dem Angebot. Und sogar, äh, Misauda auch. Also, großartige Empfehlung von mir. Passt auf euch auf. Habt die schönsten Feiertage, die ihr haben könnt. Und ich küss euch. Bis zum nächsten Mal.